Sag mal, eigentlich muss man ja sagen, wir haben dieses Interview ausgemacht, da wusste ich noch nicht, dass du an diesem Wochenende bekannt gibst, dass ihr euch trennt. Hatte das dieses Wochenende, gab es einen besonderen Grund, dieses Datum zu wählen und wie lange weißt du es eigentlich schon? Nein, es ist auf jeden Fall kein Grund jetzt gewesen, um das Interview abzusagen. Ich bin ja auch ein Typ, der jetzt nie irgendwie flüchtet, sondern ich stelle mich ja jeglicher Kritik, Verantwortung und so weiter, das habe ich ja schon immer getan. Deswegen bin ich auch jetzt bei dir. Nein, das hat damit nichts zu tun, aber so geht es manchmal im Leben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum wir das Interview jetzt hierfür haben. Nein, das war ja wie gesagt vorher ausgemacht, aber dennoch warst du jetzt ein kurzes Interview. Du warst doch gestern nämlich die Seite 1 auf der Bild-Zeitung und jedes deutsche Medium inklusive Spiegel hat das übernommen. Also es war schon eine Meldung, die durch Deutschland gerauscht ist. Es ist verrückt. Dabei will man das ja natürlich gar nicht, denn es ist ja was sehr Privates und viele Menschen haben auch dafür total Verständnis. Da spricht mich keiner drauf an oder so. Also ich merke, dass das ja auch normal ist. Es gibt ja halt bei ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland halt Trennungen aus diversen Gründen und so ist es natürlich auch bei Prominenten. Wir sind ja auch nur Menschen, wir sind ja nichts anderes und von daher gibt es dann natürlich auch mal eben diese Situation, die dann vielleicht mehr Aufsehen erregt als bei nicht-prominenten Menschen, das ist ganz klar. Aber dass es jetzt natürlich so hoch kocht, damit hat natürlich keiner gerechnet und das möchte ich natürlich auch gar nicht. Also dir war aber schon bewusst, dass das eine Nachricht ist. Ich meine, ihr wart nicht 29 Wochen zusammen, sondern immerhin 29 Jahre. Ihr habt euch kennengelernt, bevor ihr, bevor du wahrscheinlich drüber nachgedacht hast, was jemals aus dir aus dem Leben wird. Du hättest ja niemals gedacht, dass du der König des Präpschlagers wirst du dem Zeitpunkt, oder? Im Grunde genommen kann ich ja nur noch mal das wiederholen, was ich ja auch schon den Medien mitgeteilt habe, dass Claudia meine große Liebe war. Wir waren viele Jahre zusammen. Es ist schon mehr als mein halbes Leben natürlich, aber wir sind es eben jetzt nicht mehr. Und jeder will jetzt versuchen, seinen neuen Weg eben dementsprechend zu gehen und deswegen ist es uns auch so wichtig, dass darauf Rücksicht genommen wird. Nicht so sehr von den Menschen da draußen, das habe ich gerade schon gesagt, die tun das, eben auch besonders von den Medien, dass man dann einfach mal sagt, okay, danke für die Information. Das ist auch wichtig und richtig, dass man das auch sagt. Sonst werden da, glaube ich, einige verwundert. Und das ist mehr als fair, dass man dann einfach dann auch diese Meldung dann dementsprechend als Präminenter dann die Medien zur Verfügung stellt. Aber dann ist auch gut. Also jetzt haben wir darüber gesprochen und damit sollte das dann auch praktisch erledigt sein. Ich würde sagen, lass uns einmal darüber reden und dann hast du es hinter dich gebracht. Eine Frage. Ihr seid ja 2015, 2016 nach Amerika ausgewandert. Wolltet euch da ein neues, gemeinsames Leben aufbauen. Hat Amerika auch damit zu tun, dass, sagen wir mal, in dir eine Erkenntnis gereift ist, dass du dein Leben anders beschreiten willst als die letzten 29 Jahre? Ja, das ist alles jetzt mir zu sehr auf die Trennung bezogen. Ich will da jetzt nicht auch, weil, also ich muss mal Fernishaber dazu sagen, Claudia ist ja jetzt nicht hier. Und ich möchte einfach keine einseitigen Interviews geben. Also sie muss ja auch die Chance haben, sich zu äußern. Und wir haben beide miteinander abgesprochen, dass wir diese gemeinsam verfasste Pressemeldung dementsprechend veröffentlichen, indem wir sagen, was passiert ist oder es erklären, warum unsere Beziehung beendet ist. Und dann sollte es auch gut sein. Und wenn ich jetzt anfangen würde, wieder da einzusteigen, dann würde ich vielleicht Türen auftreten, die Claudia nicht gefallen würde. Und es ist auch unfair. Und ich finde, das haben wir beide so vereinbart, das sollte nicht sein. Wir wollen fair auch in Zukunft miteinander umgehen. Wir bleiben ja auch verbunden durch unsere gemeinsame Tochter. Das darf man ja nicht vergessen. Und deswegen wollen wir keinen Rosenkrieg. Wir wollen einfach, wir wollen einfach Freunde bleiben und in Freundschaft auseinander gehen. Sowas ist möglich. Und ich bin ja auch ein Typ. Ich bin ja auch total, man glaubt es nicht, aber ich bin eigentlich ein netter Typ. Und ich bin keiner, der da jetzt irgendwie versucht, da Geld rauszuholen aus so einer schlimmen Sache oder einer so entscheidenden Sache in meinem Leben. Deswegen sitzt du ja auch hier und nicht bei RTL brisant. Also es gab auf jeden Fall einige Medien und Sender, die uns tatsächlich auch für exklusiv Interviews Geld angeboten haben. Aber das geht gar nicht. Und das ist privat. Und von daher sollte das nicht interessieren.